somit herzlich willkommen zu star wars battlefront für den pc so dann schauen wir uns hier gleich mal um also hier haben wir schon mal mission training und die kann man halt allerhand machen also ich muss gucken wo ich überhaupt dann erstmal anfangen hier kann man eine schlacht spielen also auch total der wahnsinn hier dann gibt es diese diese überlebensmodus hier ist bestimmt auch sehr sehr interessant dann haben wir halt diesen multiplayer unter gefecht haben wir auch 1000 geile karten dann haben wir hier drüben alarm hellen gegen schurken jägerstaffel kampfläuver angriff vorherrschaft gefecht fracht abwurfzone hellen gegen schurken hellenjagd ruinalarm also hier ist wirklich eine allerhand dabei dann würde ich sagen sind wir uns auf jeden fall im nächsten part und dann wird auch das erste gameplay gezeigt also haut rein bis dann